Die L-Bank stellt Start-Ups und junge Gründer vor. Heute Nadine Antet, Global Flow GmbH. Und was macht Global Flow? Wir beraten Unternehmen, Abfälle zu vermeiden, Umweltauswirkungen zu senken und Kosten einzusparen. Ist Baden-Württemberg ein guter Platz für Start-Ups? Also Baden-Württemberg empfinde ich persönlich als fabelhaften Platz zum Gründen. Jemals die Selbstständigkeit bereut? Selbstständigkeit ist cool. Die L-Bank ist die Förderbank des Landes. Sie unterstützt Start-Ups und junge Gründer durch eine Vielzahl von Förderprogrammen. Jetzt informieren. Einfach L-Bank.de L-Bank. Aus Liebe zum Land.